Weil das schwer ist. Da muss man mal hergehen. Ja, da ist immer viel los. Egal ob schönes oder schlechtes Wetter. Es ist einfach schwer. Es ist immer sehr viele Leute, viele Buden. Schöne Stände. Das Albacher Bier, das läuft. Waren Sie schon mal auf der Albacher Körbe? Ich jedes Jahr. Das müssen Sie eigentlich immer hier. Fast jedes Jahr. Fast jedes Jahr, warum? Was interessant ist, weil es schön ist, Spaß macht und das Wetter passt. Was haben Sie für einen Eindruck von der Albacher Körbe? Die ist wie jedes Jahr gut. Wie jedes Jahr gut. Was macht denn der Albacher Körbe aus jetzt im Vergleich der anderen Kirschweihfest? Kann ich so weit nicht sagen, aber die Tradition wahrscheinlich. Ein Fest, dass es hier eine Umgebung eigentlich nirgends gibt. Die enge Atmosphäre da hier, die kleinen Straßen, das ist halt alles konzentriert. Man geht ja schon seit Kind hierher. Das ist verabschiedet und überliefert seit Jahrzehnten. Kennt sich jeder. Viele Buden, Schausteller, Sachen, was man eigentlich sonst ganz auch nicht sieht hier. Die Albacher Körbe macht eigentlich legendär, dass da Albacher Schausteller da sind, also nicht bloß auswärtige Leute. Und die sich dann halt hier den ganzen Nachmittag, Samstag und Sonntag, so miteinander die Leute belustigen und halt dem Volke was kundgeben. Und nicht bloß mit Getränken und Essen, sondern halt die Stimmung von der Albacher Körbe den Leuten irgendwo da bringen wollen. Soweit die Meinung der Albacher beziehungsweise der Oberländer. Die zugegeben eventuell vielleicht aus lokalpatriotischen Gründen, na sie wissen schon. Doch auch weitergereiste Gäste hielten die Fahne hoch. Wo kommen Sie her? Von Weichlitz. Von Weichlitz. Und warum sind Sie hier auf der Körbe? Ja, mal gucken. Hier ist ja alles was los hier, haben wir nicht gedacht. Das erste Mal quasi. Ja, ja. Und was haben Sie von Eindruck? Einmal frei. Einmal frei. Warum? Besser wie im Blauen. Besser wie im Blauen. Und was hier los ist. Kulmbach haben wir gehört. Richtig. Und was zieht Sie hier her? Das Albacher Bier. Das Albacher Bier. Ja, ich muss probieren, ob es besser ist als Kulmbacher. Oh, das ist ziemlich gleichwertig. Dem können wir uns uneingeschränkt. Nein, dürfen wir nicht. Das wäre Schleichwerbung. Und wir sind nicht bestechlich. Wirklich nicht. Was ist das für ein Ofen? Was gibt es hier? Also pass auf, das ist ein Flammkuchenofen. Der Flammkuchen, der kommt eigentlich aus dem Elsass, aus dem Französischen. Das ist ein arme Leute-Essen. Wir haben uns den einmal vor ein paar Jahren von jemandem selber bauen lassen. Das ist ein Eigenbau. Also es ist praktisch eine Holzfeuerung. Das können wir da gerne mal zeigen. Die Holzfeuerung. Und oben drüber ist eine Steinplatte. Und da wird der Flammkuchen obendrauf ganz kurz rausgebacken. Der Flammkuchen ist ein Sauerteig, also ein Brotteig. Der wird belegt mit Schmand, Zwiebelstücken und rohen Schinken, geräucherten rohen Schinken. So viel zu einigen typischen Speisen und Getränke, die ohne Zweifel das Fest unverwechselbar machen. Doch die Erbacher Kirfe hat noch ein besonderes Markenzeichen. Früher nannte man die Kirfe auch den Sockenmarkt oder außerhalb den Sabbermarkt. Sabber gemeint sind damit landläufig Hausschuhe. Auerbach wurde 1563 das Marktrecht zugesprochen. Anfangs gab es zwei Märkte, im Frühjahr und im Herbst. Übrig geblieben ist die Verschmelzung des letzteren Marktes mit dem Kirschweihfest. Auf dem Markt erschienen in früheren Zeiten viele Händler, die Sabber oder Socken anboten, beziehungsweise Handwerker, die gebrauchte und zerschlissene Hausschuhe reparierten. Das zog auch viele Besucher aus den umliegenden Gemeinden an. So wie heute auch noch. Freilich hatte so ein Fest in früheren Zeiten einen ganz anderen Stellenwert. Die Welt war kleiner, die Menschen ärmer und sicher auch ein wenig bescheidener. Gefeiert wurde deshalb umso intensiver. Das Feiern haben die Erbacher und ihre Gäste nicht verlernt. Und zweifelsohne hat das Kirschweihfest in der Gemeinde seinen besonderen Reiz. Das beweisen allein schon jedes Jahr die Besucherzahlen. Was es nun ganz genau ist, was die Erbacher Kirche so besonders macht, sollte jeder für sich herausfinden. Einmal im Jahr vier tolle Tage, auch dieses Jahr wieder im Oktober, sollte man sich vorbeiken, sind wir nächstes Jahr. Es geht hier los mit Musik, zu essen, zu trinken, alles was das Herz begehrt. Eren und wiederum. Eren und wiederum. Hä? Vielen Dank.